Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal rein Leute. XRP heute bei 82 Cent, wieder 4-5% nach oben gegangen. Von daher wieder der ganze Markt ein bisschen grüner. Kann man hier links auch sehen, eigentlich nur Gewinner. Ja, zwar 5 Verlierer, aber auch nur bis zu 1%. Das ist nicht wirklich schlimm. Wir haben hier Bitcoin über 42.000. Also wir sind aus diesem Zyklus ein bisschen ausgebrochen, dass wir immer bei 42.000 abgeprallt sind. Und mal schauen, ob wir jetzt wieder höher gehen. Die Konsolidierungsphase war auf jeden Fall jetzt ein paar Wochen, würde ich auch sogar schätzen. Von daher ist es jetzt auch mal Zeit, entweder nach oben oder nach unten auszubrechen. Der erste Tweet für heute kommt von Jack the Rippler. Und da haben wir einmal hier, boom, die Arabische Zentralbank erwähnt XRP als eine Währung für Bridge Currencies, also CBDCs. Das ist quasi wieder die Brücke, ist Beispiel RippleNet, also unter anderem halt auch eben Swift, GPI, Transferize, Remedly, Revolt und RippleNet. Und dann hier, one of the first cryptocurrencies designed primarily for payments was Ripples XRP. Das ist definitiv eine spannende Sache, wie XRP da so erwähnt wird. Und natürlich auch halt Ripple, aber natürlich interessiert uns XRP ein bisschen mehr, so in der Form. Deswegen definitiv hier ein starkes Statement. Wird natürlich so gezeigt, habe ich auch schon öfter gesagt. Wenn man das als Konkurrent sieht und so, dann wird man es ja nicht in seinem Bericht aufführen, sondern das ist definitiv schon Werbung, wenn man das so möchte. Deswegen hier ganz klar die Verbindung, gerade im arabischen Raum ist Ripple auch meiner Meinung nach schon bereits sehr stark. Wir haben da echt auch große Banken, teilweise die das schon nutzen, da. Also jetzt on the main equity, Schrägstrich, das RippleNet generell. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das da weiter auswirken wird. Zumindest kann man es hier erstmal sehen, dass es also jetzt wirklich da gesagt wurde. Mit STRG F kann man ja mal Dokumente durchsuchen. Und da haben wir dann hier einmal die Seite 24, wo das Ganze dann hier ist, RippleNet und hier XRP. Okay, also es steht wirklich drin, es ist nicht ein Screenshot, Fake, was auch immer. Kann man sich hier in der Form einmal durchlesen. Dann jetzt weiter mit James K. Fallon. Und er hat hier einmal, die SEC hat darauf geantwortet, also auf die Ripple Motion, um die Mad Supplemental Expert zu striken, also die zu disqualifizieren, kann man das so sagen. Auf jeden Fall hier die Antwort von der SEC. Also da geht es wirklich hin und her. Das war dann in der Nacht von gestern auf heute quasi, wo dann die SEC darauf geantwortet hat. Wieder hier sehr, sehr viel Text und das halt eben von der SEC. Definitiv interessant, deswegen werden wir hier darauf warten, wie die Richterin dann hierauf reagieren wird. Dann haben wir nochmal passend zu dem Thema On-Demand-Liquidity, die sich ausbreitet. On-Demand-Liquidity, Ripples Zahlungssystem vor weltweiter Expansion. XRP-Herausgeber Ripple zielt mit dem On-Demand-Liquidity-Zahlungssystem auf den internationalen Interbankenverkehr und scheint auf bestem Weg zur globalen Ausweitung zu sein. Laut Archie Spirla hat das RippleNet ein Zahlungsvolumen von über 10 Milliarden Dollar in 2021 erreicht. Dabei sei das On-Demand-Liquidity-Netzwerk auf 22 Zielmärkte ausgeweitet worden, womit On-Demand-Liquidity nahezu die gesamte Welt abdeckt. On-Demand-Liquidity ist eine auf den Interbankenverkehr zugeschnittene Softwarelösung, die auf XRP-Liquiditätspools zugreift und dadurch schnell sowie günstige Transaktionen ermöglicht. Angesichts des steigenden On-Demand-Liquidity-Volumens scheint Ripple den ausdauernden Rechtsstreit mit der US-Aufsichtsbehörde SEC gut zu verkraften. Ein Urteil in der Frage, ob es sich bei XRP um ein Wertpapier handelt, wird frühestens für August dieses Jahr erwartet. So halt, sag ich mal, die öffentliche Timeline. Deswegen, vielleicht werden wir es ja irgendwie mal früher erfahren. Manche sagen ja auch später, who knows. Aber ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr da eine Lösung, Schrägstich, ein Ergebnis zu sehen werden. Sag ich mal so. Dann geht es weiter von MatzeXRP. Da haben wir hier schön so eine Candle zu sehen. Gestern gab es hier eine kleine Candle, die ein paar Cents auf jeden Fall in einmal nach oben gegangen ist. Da ist es doch schon in einer Stunde dann recht wieder schön angestiegen. Wenn man hier betrachtet, dass wir von ungefähr so 77 Cent kommen, halt 5 Cent Anstieg. Ich meine, damals könnt ihr euch noch so daran erinnern, wenn XRP von 20 Cent auf 24 Cent gestiegen ist, dann alle so, ja, übel, geil und so. Und jetzt ist es so 4 Cent oder so. Ja, ist halt alltäglich, ne? Dann geht es wieder von Peter Zilagi. Und hier geht es einmal um Ethereum. Und er schreibt hier, die Komplexität hat sich niemals verringert. Also die wurde niemals weniger. Jedes neue Feature und so weiter wird einfach nur oben noch drauf geklatscht, sag ich mal. Jede große Änderung, sei es 1.559 oder der Merch, der jetzt kommt. Und Charting, Worker, Stateless, Layout 2 und so weiter ist immer nur ein weiterer Nagel, zack, 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 immer weiter oben drauf. So sieht ihr es hier. Es ist extrem frustrierend für ihn, wenn irgendeine Nachforschung oder irgendein Research zu dem Ergebnis kommt, dass alles jetzt bereits herausgefunden wurde und es jetzt nur noch entwickelt werden muss. Ist natürlich so ein bisschen tricky. Muss jetzt nur noch umgesetzt werden, sagen wir es mal so. Da kommen aus meiner Sicht halt viele Dinge zusammen. Genauso wie Aluys hier das hier sagt. Ethereum ist in so vielen Problemen und das ist einfach nur ein weiterer Punkt zu diesen ganzen Problemen, die da existieren. Zum einen natürlich auch Skalierungslösungen, bin ich der Meinung, ist ein sehr wichtiger Punkt. Klar, den Merch, den kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber natürlich macht es eben auch Sinn, dass man von Proof of Work weggeht. Proof of Work ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr outdated. Und da kann ich eben nachvollziehen, dass dann Vitalik-Ethereum generell, ich sag mal, so die Reise an erzieht und sagt, okay, komm, wir müssen jetzt einfach ummergen, wir müssen jetzt einfach auf ein neues Verfahren umsteigen. Sonst wird das hier irgendwann sehr, sehr schwer und das denke ich natürlich auch. Gerade mit diesem Skalieren von Minern ist halt eben auch aus meiner Sicht schwer, weil es wird einfach nur noch viel, viel mehr zunehmen, die ganze Komplexität. Und die ganze Nutzung von Coins irgendwo, sei es jetzt Ethereum oder andere Netzwerke. Und wenn die alle dann halt neue Miner brauchen und so weiter, wird es halt definitiv viel, viel schwieriger werden. Und deswegen sagt der hier, dass Ethereum bald in sehr, sehr großen Problemen sein wird. Und wenn Ethereum dann irgendwann mal so ein bisschen an seinem Marktanteil verlieren wird, dann wird das ganze Geld natürlich in andere Projekte irgendwo fließen müssen. Und da wäre natürlich auch XRP ein heißer Kandidat. Und Leon schreibt dazu, dass über 10 Millionen Ethereum inzwischen gestaked sind. Das sind ungefähr 8,5% des gesamten Ethereum-Supplies. Also es gibt ja schon diesen Ethereum 2.0 Staking Pool. Schrägstrich, das ist ja eigentlich der, wie nennen sie es jetzt, Konsensus Layer, glaube ich, heißt jetzt der neue Coin. Basierend auf der historischen Ethereum Burn Rate und dem bevorstehenden Merch von Ethereum Ende Quartal 2 diesen Jahres. Also irgendwo sagen wir jetzt in den nächsten drei Monaten soll es umgestellt werden. Zu einem Asset mit einer jährlichen Deflationsrate von minus 2,2%. Also da wird es anscheinend eine Deflationsrate geben, keine Inflationsrate. Wäre natürlich cool. Also generell Deflation ist natürlich eine sehr gute Sache. Und gerade hier schreibt er unten nochmal mit dem Wechsel zu Proof of Stake von Proof of Work, wird es eine jährliche Verzinsung von 9 bis 12% geben. Das ist definitiv nicht schlecht. Also 9 bis 12% API ist gerade bei so einem Krypto-Projekt zwar eher unten jetzt angesiedelt, aber gerade von der Sustainability her definitiv eine gute Sache. Weil eben auch nicht mehr so viele neue Ethereum erzeugt werden. An sich ist es ja von dem Supply her inflationär, dass neue Ethereum erzeugt werden quasi. Aber das ist dann nicht so schlimm, wenn dann eine Deflationsrate besteht quasi, also dann Ethereum deflationär wird. Dann haben wir Lorenzo, XRP hier einmal im Vergleich, der XRP-Market-Cap, ein Teil von diesen kleinen Steinen. Dann haben wir Western Union, hier einmal Global Non-Cash-Transactions, SWIFT und dann Nostro-Vostro-Bank-Accounts, absolut krank. Und dann hier Global Transfer-Market, das sind dann hier 100 von diesen Steinen, also das mal 100 quasi. Und gerade hier die Nostro-Vostro-Accounts sind halt eben riesig im Vergleich zu Ripple-XRP. Deswegen sehr, sehr gespannt, was wir davon alles dann freisetzen können mit dem Cash. Dann haben wir 121 Millionen XRP wurden von unbekannten Adressen geschifftet, als die meisten Top 10 Coins ins Rote abgedriftet sind, also ins Negative. Also eine Verlustrate quasi hatten, also Minus gegangen sind. Und ja, da sieht man definitiv, da ist eben noch Bewegung drin, es gibt viele große Adressen, die jetzt auch für den Whale-Alert noch nicht bekannt sind, so in der Form. Man weiß noch nicht ganz, okay, was sind das für Leute. Dazu sehen wir hier einmal die Transaktion auf Whale-Alert, also 85 Millionen XRP, was gerade ungefähr 68 Millionen Dollar sind. Dann ein ganz spannender Punkt, und zwar Vitalik Buterin ist auf dem Time Cover. Der Prinz von Krypto hat so Zweifel oder so negative Bedenken, und das ist halt so ein bisschen das Ding hier, er wird jetzt hier als der Retter so hingestellt, der jetzt irgendwie Krypto, Schrägstrich, die Welt retten will. Keine Ahnung, Ethereum-Creator, Vitalik Buterin, setzt sich ein, um die Welt zu retten, die er erschaffen hat. Also, ja, ich weiß auch nicht, ob man das so gut sagen kann, fix the world he created. Irgendwo stimmt's natürlich auch, aber, ja, ich sag mal, bei Ethereum muss definitiv einiges gepatcht werden, und die Preise müssen definitiv deutlich weiter runter, ne, das ist einfach absurd, diese hohen Gebühren. Er selbst sagte mal zu Bitcoin, ne, Bitcoin kostet 3 bis 6 Cent, das, was transferiert wird, und das soll das Geld der Zukunft sein. Hat er damals gehatet, mittlerweile hat sein Coin geführt, das 800-fache an irgendwie Gebühren und so, ja, alles nicht so ganz optimal, sagen wir's mal so. Aber er wird hier irgendwie anscheinend jetzt als Held, Schrägstrich, so als das Gesicht von Krypto dargestellt. Vor allem, er steht ja auch extra wieder so richtig wie so ein komischer Typ, ne, also ich versteh's auch manchmal nicht, warum man dann sich so hinstellt, so, der wirkt sehr, sehr komisch. Das kostet ihn ja nichts, wenn er sich wirklich mal so ein bisschen so cool hinstellt, mal so ein bisschen, weiß ich nicht, die Arme verschränkt, oder mal in die Kamera guckt, sich mal ein bisschen schick macht und so weiter. Also, no hate, ich find's ja cool, dass er da so ganz normal auftritt und sagt, ja, mir ist das eigentlich egal, wie ich hier abgelegt bin, blablabla, aber ich find, das sieht wieder so komisch aus, wie er da steht, dann auch so eine Körpersprache und so, er wirkt da echt so deplatziert, ich weiß auch nicht, ey. Dann geht's noch weiter, er hat wohl auch einen Ehrendoktor bekommen, einen Ehrendoktortitel damals in 2018 für Innovative Thinker. Und dann fragt The Art of Satoshi, wie viel Ethereum spenden, die dafür angenommen haben und er sagt dann, ja, hier, wir sind jetzt alle reich, ich kann's nur empfehlen. Also, auch wieder absolut absurd und Vitalik Buterin hat auf jeden Fall auch viele Anfeindungen da bekommen, das geht natürlich nicht, aber man muss sich auf der anderen Seite auch eben bewusst sein, klar, wenn man sowas postet, dann gibt's natürlich auch eben viel Hate da in der Form, wie die Times hier schreibt, ne, er setzt sich für die Krypto-Rettung ein. Und, ja, hier gibt's dann ein paar echt sehr, sehr negative Tweets, ne, also wo er wirklich dann so ein bisschen runtergemacht wird und negativ, ja, dargestellt wird, ne, so Tom Brady of Wish und so. Und dann geht's nämlich noch weiter und Greg hat dann geschrieben, ich werde die Hater jetzt anschreiben, hat dann den Leuten geschrieben, ey, nimm das zurück, was du gesagt hast über Vitalik. Und dann antwortet David Schwartz darauf und sagt, okay, du hast gewonnen, ich werde alles zurücknehmen. Und dann darunter selbst nochmal gesagt, oh, warte, ich hab mich mit dem falschen Account angelockt. Also, er ist die Haterschaft oder die Masse sozusagen. Viele sagen jetzt so, wenn hier Vitalik Buterin der Prinz ist, er wird hier als Prinz von Krypto bezeichnet, dann ist David Schwartz sein Vater, nämlich der King, ne, wie hier zu sehen ist. Also, das kann man definitiv so sagen. Ganz lustig eigentlich gemacht. Und wir haben Mike Novogratz, das ist ja auch bekannt, und er sagt hier, Vitalik Buterin ist ein Held von mir. Und Stefan Huber fragt dann, ob man jetzt probiert, eine Art Umdenken erreichen zu wollen, wo es eben wiederum geht, dass Ethereum und Vitalik Buterin so, ich sag mal, die erste Blockchain waren und so in der Form. Weil, ja, das eben jetzt wirklich so dargestellt wird, als wenn er so der erste war, der eben was gemacht hat und jetzt auch der wieder ist, der das Ganze wieder richten will und jetzt alle tolle Sachen macht und Updates bringt und Ethereum 2.0 wird so toll und so. Also, der wird da schon echt sehr, sehr hoch gelobt in den, ich sag mal, News-Outlets und so weiter. Von daher, man muss mal gucken, ob das so stimmt. Natürlich ist Ripple noch vor Ethereum da gewesen und gerade auch David Schwartz oder so. Ist natürlich einfach auch aus meiner Sicht halt talentierter, schrägstrich begabter, schrägstrich wahrscheinlich auch intelligenter als er, würde ich sagen, also als Vitalik. Aber es gibt ja mehrere Plätze an der Spitze. Dann haben wir The Wrath of Caneman mit Tracking der Ripple-Nutzer Bcash, inklusive On-Demand-Equility, ist Remittance-Partner von MTB Bangladesh. Kann man hier einmal sehen, ich frag mich zwar immer, warum die immer die Fotos in so grauenhafter Qualität hochladen müssen. Ich meine, als ob man 2022 nicht eine bessere Kamera hat als das, was man jetzt hier sieht. Aber es geht ja um die News und das MTB-Team trifft sich mit Bcash. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Und da kann man hier einmal sehen, dass die Bilder alle so ein bisschen sehr, sehr verschoben sind hier. Dann geht es noch weiter von MC. Er hat hier einmal Ripple-State-Direktor für Carbon Markets ein, um das Geschäft auszubauen. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es geht um Carbon-Neutralität. Und da will man natürlich einen sehr, sehr großen Fokus drauf legen. Deswegen sucht Ripple da gerade natürlich alle möglichen Leute, alle möglichen Mitarbeiter, die in Bereichen so diese neue Technologie, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und auch generell natürlich regulatorische Klarheit, wie wir gestern gelernt haben, alles suchen. Von daher sehr, sehr wichtiger Punkt hier. Dann haben wir noch Foejack mit neuen Mr. Pool-Drops. Haben wir hier einmal so eine Art Segelschiff, Brücken und dann hier einmal Exit, also eine Tür und dann C7. Erinnert mich auf jeden Fall an ein Flachfeld, da zieht man ja auch mal so auf verschiedene Felder. Könnte definitiv sein. Und am Ende natürlich, wie immer ein Fun-Tweet. Aktuell geht es hier mit diesem chirpte.com, kann man solche Diagramme hier erstellen. Und dann gibt es den Fun-Tweet, Gary Gensler wurde gehackt, someone hacked my chirpte. Und da ist dann Gary Gensler in der Mitte und überall ist Johnny Deaton. Außer hier ist einmal David Schwarz und Brad Garlinghaus noch mit dabei. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch in zwei Stunden auf meinem zweiten Kanal Crypto-Tagesschau wieder zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns heute. Haut rein. Ciao, ciao.